Ja, um mich gleich bei, ja, ja. Das ist nicht nur gelaufen. Warte, äh, na. Seidst nicht. Da wirklich weg, ja. Und mich katapultieren. Schwierig für uns, hey. Seidst nicht für Bewegungen. Aufpassen, was jetzt. So, gewartet. Wie die Stange? So weg. Das ist ein Bewegungsablauf. Ja, du kannst auch mitschauen. Du bist auch zur Seite bis da da. Wichtig ist, dass der Fuß weiter vorkommt. Die Stangenhöhe und dann durchmarschiert. Okay? Weil dann ist riesig so der Abstrung da. Ja. So, schauen wir. Warte bitte. Stefan, das kann die Füße sehen. Wenn du hingehst, ist die mit dem Fuß da. Schau mal, es ist oben abgeholt. So, dass der Fuß da drüben ist. Dass der schon in Richtung vor geht, die Stangen. Und dann werde ich durchgehen. So, jeder hat sich, dass der... Also, das muss man für Stangen fliegen. Ja, genau. So muss ich mal sehen. Ja, genau. So ist er. So nicht zu weit weg, aber... Nicht die Kür setzen, ja. Ja, bis zu dir. Passt, was du. Sie sind fast. Sie sind schon kaputt bei den Stangen. In Austin. Der hat sich gerade wo es ist. Wie geht das? Die Stangen, die ist ja überhaupt nicht. Das ist ja auch noch nicht. Oh, der ist ja hier. Ich bin eigentlich mit dem Sonnenstücken. Zum Beispiel. Das war auch noch nicht. Ich bin ja noch nicht. Ich bin ja auch da. Vielen Dank.